Guten Morgen am Samstag, den 22. Dezember 2018 und heute machen wir das 22. Türchen auf und zerstören damit das Bild dieses sehr interessanten Roboters, den es übrigens auch noch nicht gegeben hat bisher, bis heute. Hier ist der halb zerrissenes Türchen, aber das macht ja nichts, wenn wir jetzt die Teile da rausholen, können wir damit quasi gleich den Roboter auch aufbauen. Ja, das ist der, unser kleiner Roboter. Der ist eigentlich tatsächlich ziemlich cool, vorne mit so einer Druckanzeige und hinten mit so einem Aufziehteil. Ein bisschen seltsam ist hier das vielleicht, ich weiß nicht so ganz klar, was das soll, aber ich finde, der macht auch von dem Bild her echt einen guten Eindruck. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag und sehen uns dann morgen zum vorletzten Türchen wieder.